Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Rango, diesmal in Rückkehr von Rattlesnake Jake. Das ist jetzt meine Stadt. Wenn ich dich jemals wieder zu sehen kriege, werde ich deine Seele direkt nach unten mit in die Hölle nehmen. Schöner Spruch und es geht direkt weiter. Rango, du bist da, wo warst du? Beans, Rango hat uns von den Meteoritenstücken aus dem Allerzelt. Was? Ähm, siehste? Moment mal, ein magischer Stein? Gebt mir zwei Minuten und etwas Magnesia-Milch. Mein Stichwort. Also, Bad Bill, er will alle Felsbrocken für sich selbst haben. Sie kontrollieren ihn wohl irgendwie? Also, vor drei Tagen, vor der Taverne, hatten Beans und ich beschlossen, unsere Beziehung zu vertiefen. Rango, spiel schon mit Beans. Plötzlich war dieses furchterregende Klappern in der Ferne zu hören. Es ist Felsnake Jake. Beans, lauf! Ja, am Arsch. Ja, wunderbar. Oh, und es geht direkt los. Ja, super. Oh. Oh, das... Oh, okay. Ich hab gar nicht gewusst, dass dieses Ding... ...dass der... ...Angriff, dieser Sprungangriff, der hier... ...auch... ...hilft gegen... ...beziehungsweise für... ...das Einsammeln dieser Teile. Okay. Okay, ähm... Was? Nein! Ach, ihr... ...Kackviecher! So. Rekke! Ja. Wunderbar. Okay. Dann hier die Kisse noch kaputt machen und es geht weiter. Ziemlicher Sandsturm hier gerade. Hier geht's nicht rein. Okay. Ich bin wieder auf der Suche nach Fischlis. Oh, nee, oder? Verdammt. Au. Oder auch nee. Au. Es geht da jetzt runter. Warte. Ja, wille. Schade, hier können wir nicht weiter. Und hier scheint kein Fisch zu sein. Also... ...ab hier runter. Also runter. Ja, perfekt. Okay. Ähm. So. Uh. Und... So. Jetzt. Ja, perfekt. Oh, das war klar. Nein! Verdammt. Es hilft auch nichts, wenn ich in der Luft bin. Ähm. Okay, das war jetzt nicht rechtzeitig. Äh, jetzt. Schnell durch. Wunderbar. Runter. Hier geht's eh nur runter. Okay, ich kann mich fallen lassen. Ah, jetzt. Nein! Ich hasse euch. Kann ich mich eigentlich auch hier fallen? Nee. Nein, verdammt. Au! Ja, klassisch. Also, moin. Achso, hier war das gar nicht. Nein! Uh! Ich hab jetzt erst gesehen, dass man hier oben sich festhalten muss. Hahaha. Ich seh einen Fisch. Ich seh einen Fisch. Einer von drei. Also, nicht viele, dieses Level. Vielleicht ist es auch relativ kurz. Wobei, wenn der Endgegner so großartig angekündigt wird... Achso, da geht's gar nicht rein. Da können wir nicht absichtlich Schaden nehmen. Da geht's gar nicht rein. Nein, verdammt. Ihr Wichser! Au! Die Stimmen sind übrigens relativ leise. Also, immer noch. Obwohl, die Musi inzwischen... Ich zeig's euch mal einfach kurz. Ja, äh... Hier fast ganz unten sind. Und die Lautstärke, die Stimmen ganz oben. Ihr weiß nicht. Ich glaube, da ist irgendwas in dem Spiel nicht ganz richtig. Vielleicht ist es nur bei mir. Vielleicht nicht. Aber egal. Nein! Ach, ihr Kackpenner! So. So, ich hole mir allerdings hier noch kurz die Scherfsterne. Genau. Wollen die alles abgreifen. So. Los! Jetzt! Hier noch was zum Minen. Das dürfen wir natürlich auch nicht übersehen. Auch nur drei. Okay. Scheinbar echt ein kurzes Level. Oh nein! Okay. Das war jetzt ein bisschen wenig Zeit zum Reagieren. Ganz ehrlich, äh... Hätten wir vielleicht etwas mehr nehmen können. Okay. Wer lässt diese Dinger überall herumliegen? Ja, das stimmt. Und warum bewegen sie sich genau, wenn wir... Wenn wir da sind? Okay. Wunderbar. Ich hab Waren hier. Komm her. Verdammt, jetzt hat Drango auch was gesagt. Derweil. Aber er hat irgendwas über einen Vogel gesagt. Wahrscheinlich, dass er einen hat. Im Kopf. Ja, ähm... Gesundheit wäre vielleicht... Okay, jetzt können wir... Wir können uns um 5000 nicht wirklich viel leisten. Was Sinn macht. Das hier, Nachleidegeschwindigkeit, die Schüsse... Und das Leben sind inzwischen das Einzige, was ich glaube, was wirklich was bringt. Das hier... Können wir vielleicht einmal noch aufleveln? War mir ein Vergnügen, Sheriff. Der Rest... Nee, eher nicht, oder? Nein, nein. Nein, dann schauen wir mal auf, wenn es... Oh. Müsst du schon... Ja, wir sind wieder oben. Au. Oh ja, die Reichweite ist jetzt deutlich größer. Das merkt man. Gut, der Schaden ist nicht vergrößert, aber... Nein. Oh, das ist einer von den Schmetterern. Die sind aber fast schlimmer als die Läufer irgendwie. Ja, weil sie einen so... Ja, sie können einen wirklich so... Ja. Perfekt. So. Jetzt nicht weiter. Oh, jetzt noch was zum Ausbordellen. Das nehmen wir natürlich mit an die 100 Sheriff-Sterne, die es da immer gibt. Oh, das war echt nur das kleine Stück, was wir abgekürzt haben. Schade eigentlich. Ja, akribische Fischsuche ist, glaube ich, angebracht. Oh, nein! Nein, sag nicht die... Nein! Ein trauriger Tag, Senior! War die die Band irgendwo wieder? Das wäre cool. Das wäre notwendig, denke ich. Wenn meine Geisterkirche sind... Moment. Hä? Ich bin jetzt hier drüben? Hat das Spiel schlecht abgespeichert, oder...? Weil ich habe es ja nicht geschafft, oder? Und ich bin jetzt, glaube ich, auch an der Stelle, wo ich glaube, dass ich bin, aber... Ähm... Ja. Dreckschwein. Oh, hier unten. Bam! Wobei... Oh, war hier ein Fisch drunter? Das habe ich gerade nicht ganz aufgepasst. Ich wollte nur mal schauen, ob man da noch irgendwie hochkommt. So. Aber das ist mir aufgefallen, sieht man hier auch in dem Menü. Also zwei von drei. Und unten ist der Upgrade-Mann. Unser lieber guter Freund. Der ist nicht drunter. So, die nehmen wir noch mit. Verdammt. Hallo, Sheriff. Hallo, Sheriff. Ja, ich glaube echt, um... Wir brauchen mindestens 8000, um was Sinnvolles anzustellen. Ja gut, das können wir vielleicht... Sammel weiter, die Sheriff-Stelle. Gemütlichkeit halber um 300 erhöhen. Um 800 meine ich. Das denke ich auch, ist nicht wirklich. Die beiden sind, glaube ich, denke ich ganz gut. Eventuell, ich spiele es vielleicht nochmal durch, weil es ist ziemlich lustig. Und vielleicht habe ich einige der Witze nicht ganz verstanden, werde ich die Sprachausgabe dann ganz hoch drehen. Und ja... Vielleicht werde ich den Dieb nehmen. Was für ein Glückspilz. Also direkt am Anfang. Hehe. Nein! Ja. Das ist echt dumm, oder? Ja, ist er wahrscheinlich. Oh, man sieht hier echt teilweise gar nichts wegen dem Sandsturm. Also echt cool gemacht. Fehler. Gut, ähm... Achso. Hehe. Muss hier rüber. So. Oh nein. Hier runter. Oder ja. 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 Wunderbar. Ähm... Oh nein. Balancieren. Ich hasse das. Letztes Level gab es das Gott sei Dank nicht, glaube ich. Beim Nagetier-Clan. Oder maximal einmal. Aber ich dachte, das war etwas zum Ausbuddeln. Nee, da ist nichts mehr. Gott sei Dank. Ich möchte ehrlich gesagt mich balancieren. Balancieren ist so einer der... ...der zwar schwierigsten Aspekte des Spiels. Und das finde ich auch cool, dass sie ein bisschen was... ...heftiges eingebaut haben. Auch wenn es nicht so ausschaut für euch vielleicht. Aber... ...SI macht nicht sonderlich so Spaß, wie ich mir das anfangs gehofft hatte. Aber gut, das ist mein Problem. Und damit sollte ich euch nicht behelligen. Ernsthaft? Oh, nee, oder? Es geht hier... ...irgend... ...ne? Tatsächlich nicht. Gut, dann geht's da weiter. Und da... Okay. Das war bei weit nicht so tief, wie es ausgeschaut hat. Okay. Hä? Was zur Hölle? Alter. Nein, nein, nein. Wahrscheinlich dort, wo es nicht bericht, oder? Ja, komm. Hoch, hoch. Ja, das geht überall jetzt. Ja, und Gegner auch noch. Ja, sicher. Jetzt leckst du mich am Arsch. Letztes Mal schon mit den... Letztes Mal mit den... ...Renn-Kuckuck-Datis. Ach, das ist doch Scheiben-Kleister. Ja, einfach weiter rennen, Rango. Oh, da! Ein echter... Oh, Mitte, 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 Mitte. Wo lang, wo lang? Oh, ja, sicher, Fick... Nein. Okay. Was ist gerade passiert? War da rechts noch ein Fisch? Egal. Da ist die Band. Oh, ja, hier in der Mitte. Ich sehe das selber so schlecht hier jetzt, links. Ne, 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 go. Schneller, schneller, schneller. Das ist hier in der Mitte wieder. Das ist hier rechts, glaube ich. Äh, wo? Mitte eher. Ja. Immer dort, wo nichts wegbricht. Wow! Hast du geglaubt, ich werde deinen Plan nicht entdecken? Rock'n'roll, Cowboy. Oh Gott! Wenn er brüllt, soll ich schießen, okay? Au, ja, sicher. Jetzt. Au! Ja, super. Jetzt drauf, oder? Mein Kampf, Hauskampf, oder? Oh, was? Au! Ja, sicher. Ich sehe quasi gar nichts. Ich sehe fast nur gelb. Und Nebel. Und irgendwo... Verdammt. Und irgendwo müssen hier auch noch... Au! Ja, jetzt drauf. Watson mit der Waffe voll. Und dann auch mit den Fäusten, genau. Wenn jemand die magischen Steine verdient, dann ich. Ja, sicher. Jetzt kommen da auch noch... Ich hätte weiter zurückbleiben sollen. Da kommen jetzt auch noch Kugeln raus, oder was? Ja, leckst mich doch am... Am Sack! Verdammt. Mann, hat mich der nicht nochmal getroffen? Hey, das war's gut. Au! Nein! Nicht zweimal. Immer nur einmal. So, jetzt. Sehr gut. Die Rückkehr von Rattlesnake-Check. Wir haben leider eins zum Ausgraben und einen Fisch übersehen. Aber wo sollten die gewesen sein? Ich habe mich überall umgeschaut, gerade am Anfang. Und am Ende war eigentlich nur Rennerei und dann der Bosskampf. Eventuell ganz hinten im Bosskampf-Areal. Das könnte sein. Egal. Auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen geschrien. Ich habe ein bisschen übersteuert, habe ich gesehen, so nebenbei. Es tut mir leid, weil es euch ein bisschen die Ohren rausgefetzt hat. Aber das war das erste Kapitel. Nicht einmal das Intro haben wir in einem einzigen Part geschafft. Aber gut, da würde ich sagen, passt das so. Der Part ist halt etwas kürzer. Es macht aber gar nichts, denke ich. Es ist ein Kapitel komplett. Nächstes Mal wird es dann wahrscheinlich zwei Tage vor Rangos Erzählung sein. Weil bis jetzt haben wir uns von sechs Tagen immer weiter Richtung Gegenwart gearbeitet. Bin gespannt, was kommen wird. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Rango. Tschüss Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.